Über Karneval sind wir auch, kannst du dir auch, sterben Bilder und angucken, nachvollziehen, Brudelda ist abgedangen. Sind wir bei Daniel mit einem Fässchenlose, hat uns Sonne voll geblendet, sterben. The Mars or what? Nein, die Sonne, um 16,45 Uhr oder so. Yes, yes. Fahren und mit einem Terrorzug, so nach Essen, kommen auf Budaknülle ein. Yes, yes. Und dann da stark gern die Kettfederstraße runter, da bei Waren, laufen next wo uns zwei Minderjährige. Yes. Und sterben schnappen nur auf drei Wortfetzen, so war uns zu Rock, du willst abgehen. Yes. Und ich so, hi, habt ihr Pferdemaske dabei, die so, nein, ja, gehabt, echt, ja, Pferdemaske, ja, richtig, setz dir vorm Pferdemaske auf und nimm deine Freundin eine Matrizeleine oder so, habe ich dann gesagt. Ja, und haben Locken oder solche Gedanken, ich war ein BDSM, weil ich esse eher ja aus, wie würde ich aus Essen schalen, ja. Yes. Ja, und ich, okay, kommt, machen wir das anders. Es erste Karneval. L-A-D, ich euch auf ein abgestandenes Kirchen ein. Habe ich die zwei Leute einfach mit einem ER-Penna-Bombe beglückt, haben wir nicht mehr gesehen seitdem. Yes, directly. Wir sind einfach ins To-Rock rein, wollten wir ein bisschen abgehen. In To-Rock, or what? Ja, direkt vor der Bühne, um 20 Uhr oder so. Yes, yes. Und hatten wir zu viele Jacken. Yes, yes. Und einfach packen, die alle in den Rucksack. Gehen nach draußen, da umstehen drei Jugendliche mit Quatsch auf Fackhütte. Yes. Und sterben schnacken nur auf drei Wortfetzen. So war alte Sachen von Blind Guardian-Artist in der Niff. Am Rande der Zeit. Yes. Und ich so, hi, ist derzeit ihr schon lange, Mattel? Das so ist, ja. Ja. Wer dann lange? Ja. Drei Jahre? Ja. Seid richtig, ihr so zwar nie alt und die ersten beiden Jahre, J-Po gehören nicht dazu. Oder so habe ich dann gesagt und haben Locken oder solche Gedanken, ich war 30, weil ich es eher ja nicht aus, als würde ich mich mit dir jetzt abgeben, ja. Yes. Ja, und ich, okay, wer denn hier warst, kann uns es gegeben. Kommt so ne Hand durch die Absteckung, gibt uns es Gelenk, haben wir da gepasst und keine Kohle für mehr Kohlensäure rausgehauen. Yes, directly. Sind wir wieder rein, wollten wir den Auftritt von der Nordhalle angucken. Crow or what? Ja, vielleicht auch Sido, um 22 Uhr oder so. Yes, yes. Und waren weder völlig unversehrt. Yes, yes. Gehen wir direkt vor die Dammbühne, beginnt so ein übelster Muschbind. Yes. Und klopft uns das Handliche aus der Hand nur drei Ellenbogen in den Fresse. So war irgendwie ab dem Bier verschwitten. Yes. Und ich so, hi Daniel, so dass ja, ja, was nennt ja, mach mit ja. Ja, richtig, aber ich will weder verplanen, zwar nie mit zu saufen, oder so hat der Damm gesagt. Und Hut haben keinen Einfluss auf Gedanken, ich war nur I. Weil ich es eher ja nicht aus als würdig Handbilling, nicht wahr. Yes. Ja, und ich okay. Komm, machen wir das anders. Du bist schon total Drupikowski. L-A-D-ich-Dich-Auf-Ein-Boden-Rutschigen-Pläne. Habe ich einfach den drei Leute in reinen Hissverlust, haben wir das Geld steift, seitdem und ist meine Hose kaputt. Yes, correctly. Sind wir wieder da einfach raus. Für Daniel schon voll zerquetscht. After two months or what? Ja, auch verkehrt wieder, um 23,14 Uhr oder so. Yes, yes. Und der Zug so in sieben Minuten kämmen. Yes, yes. Voll und wir schraub gern lose, verwirrt Aschkeit. Und hinter uns ein Jugendkammlicher nicht mehr hinterher. Yes. Und sterben Schnacken nur auf drei Wortfetzen. So wurde gemütlichen Abend machen, veressen. Yes. Und ich so, heil habt ihr Donner. Scharf dabei, das so, ja, ja, was denn, ja, scharf Döner, ja, richtig, ich kann wo der Box haben, oder so habe ich dann gesagt. Und haben Locken oder jene Gedanken. Krawatte waren Kondöner, weil ich es eher ja nicht aus wie war ich Voller Otto wurde. Nicht wahr. Yes. Ja, und ich okay. Kommt, machen wir das anders. Es ist schon zu spät, wenn wir in der Eiterung von Mannstraße noch ein Bierchen sind, sind wir dann in der S9 gestiegen und haben den der übelsten Absturz gefeiert. Yes, correctly. Das war der Hammergeschäft. Definitely cool. Du fährst einfach nach drei Leute Fahrerwessen und nimmst die mit nach Hause, Puffs, mit einem Gründen. Yes, you are then disposed of all night. Wollt ja, ich wollt ja in dem Einkaufsstadt. Ich wollt ja Kohle verpassen. Und da haben wir uns sterbenhose zerrissen und dann H.A.M.W.R. zusammen angeraucht. Voll geil. Du fährst alles in so einer Schale, wo die Schale sich trägt. So, 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 so. So, 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 so.